Musik Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Infovideo. Heute möchte ich euch mal darüber informieren, dass der Hatsche und ich ein kleines Community-Projekt machen möchten. Im Moment gibt es jetzt ziemlich viele Community-Projekte auf meinem Kanal, aber ja, ich möchte halt meine Community, Communityception, halt ein bisschen im Kanal einbinden und ja, das Ganze nennt sich Hardcore Games und das ist ein bisschen wie Varro, die großen Minecraft-Let's Player, die machen das im Moment als ihr Projekt halt und ja, wenn alles gut läuft, dann bekommen wir 16 Personen zusammen, also ein Team ist aus zwei Leuten und dazu braucht man einen Minecraft-Account, also ihr müsst Minecraft gekauft haben, ihr müsst einen anständigen PC haben, weil jeweils einer aus dem Team muss nämlich seinen Gameplay aufnehmen halt oder halt daraus ein Let's Play machen, wie auch immer, könnt ihr selbst entscheiden und ja, falls ihr dann mitmachen wollt, dann könnt ihr dem Hatsche mal eine Anfrage auf Skype schicken, der Skype-Namen ist in der Videobeschreibung verlinkt und ja, dann sage ich jetzt schon mal viel Spaß dabei, falls ihr Bock habt, schreibt dem eine Anfrage und das war's, bis dann, tschüssikowski und bis zum nächsten Mal. Das war's, bis dann, tschüssikowski und 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 bis dann, tschüssik und bis dann, tschüssik und bis dann, tschüssik und bis dann, t Vielen Dank.